Raus! Raus! Sag mal, was machst du denn da? Du stehst nur fürs Licht da. Schaff diesen Idioten hier weg! Wagen Sie es nie wieder, auch nur einen Fuß auf dieses Gelände zu setzen. Wie heißt du? Milo. Emil. Morgen ist der letzte Treter. Dann fliegen wir zurück nach Paris. Berlin ist im Ausnahmezustand. Die haben die Ost-West-Grenze zugemacht. Aber ich muss dringend ans Defekt. Treppen Sie zurück! Außerdem sitzt sie längst in ihrem Flieger. Sie ist weg. Ich habe die Idee, wie ich Milo wiedersehen kann. Du willst einen Film erstellen? Ja. Das ist wirklich das verrückteste, idiotischste und schönste, was ich je gehört habe. Und was soll das für ein Film sein? Ein ganz kleiner, wenig Aufwand. Ein Prestigeprojekt des Sozialismus. Tja, dann gehe ich mal Drehbuch schreiben. Du willst dir alles aufs Spiel setzen, nur um mein Mädchen wiederzusehen von nebenher. Ich weiß nicht, ob ich dich auch wiedersehen will. Das letzte Mal, als wir uns gesehen haben, warst du Kleinerstelle mit Hausverbot. Und jetzt bist du Regisseur. Ich wusste gar nicht, dass du und... Ja. Wenn jemand rausfindet, was du hier abziehst, dann landest du im Knast. Du hast hier nichts zu bieten! In diesem eingemauerten Land! Sie wissen, was sie zu tun haben? Ja. Und bitte! Ich gehe nicht zurück nach Paris. Ich kann nicht hier bleiben. Ich kann es nicht. Hallo und herzlich willkommen zu einer kleinen Meinungsumfrage durch den Hobby vom Tobis Film Club. Wie hat euch das Video heute gefallen? Gut, dann lasst mir doch gerne mal den Daumen da. Drückt gerne diese beiden Videos, also raufklicken. Und wenn ihr richtig flippig sein wollt, dann drückt ihr diesen Knopf. Das ist der Abo-Knopf. Ja. Und schon werden wir Freunde auf Lebenszeit. Sollte euch das Video nicht gefallen haben, dann weiß ich auch nicht. Tschüss.